Herzlich willkommen zu unserer sechsten Sitzung in der Vorlesung biologische Psychologie. Wir haben über die letzten Sitzungen ja so ein bisschen kennengelernt, wie wir einzelne Zellen aufbauen, was so in so einer Nervenzelle eigentlich alles drin steckt, wie wir Informationen innerhalb von einer Nervenzelle transportieren und wie wir Informationen dann auch von einer Zelle zur nächsten Zelle bekommen. Und bevor wir uns dann im weiteren Verlauf dieser Veranstaltung mit dem Großen und Ganzen, also mit unserem Denken und Handeln beschäftigen wollen, schauen wir uns in dieser und der nächsten Sitzung nochmal genauer an, wie wir eigentlich unser Nervensystem irgendwie strukturieren können. Das heißt, wir schauen uns heute mal an, wie eigentlich unser Gehirn, unser zentrales Nervensystem aufgebaut ist. Da schauen wir uns also an, was ist, was hängt eigentlich alles an unserem Nervensystem mal so insgesamt dran? Wie wird eigentlich unser Nervensystem geschützt? Wie wird es versorgt? Und wie wird eigentlich, wie ist so unser Nervensystem so im Ganzen, im Detail eigentlich aufgebaut? Und dann schauen wir uns, dann gehen wir anschließend ganz genau und ganz detailliert durch, welche Funktionen eigentlich unterschiedliche Anteile unseres zentralen Nervensystems haben. Das sind ganz viele Begriffe, die Ihnen heute an den Kopf geworfen werden, die Sie dann für den Rest Ihres Studiums zumindest irgendwie im Hinterkopf haben sollten. Also wenn es dann darum geht, wo sind ganz bestimmte Bereiche, wo sind ganz bestimmte Kerne in Ihrem Gehirn, dann lernen Sie eben heute so, okay, wunderbar, dieser Kern ist irgendwo im Hirnstand. Nächste Woche schauen wir uns dann an, das Ganze nicht vom zentralen Nervensystem, sondern vom peripheren Nervensystem und dann haben wir Ende des Jahres hoffentlich so einen groben Überblick darüber bekommen, wie unser Nervensystem funktioniert, um dann nächstes Jahr anschauen zu können, was machen eigentlich unsere ganzen Sinne, was macht unsere Wahrnehmung in unserem Nervensystem. Wir werden heute ganz viel über einzelne Kerngebiete, einzelne Bereiche unseres zentralen Nervensystems sprechen und falls Sie die mal genauer anschauen möchten, kann ich Ihnen den Brain Tutor von Brain Voyager empfehlen. Brain Voyager, das ist eine Firma, die entwickeln Software zur Analyse von EEG- und FMRI-Daten und die haben ein Open Source Tool entwickelt, das ist quasi eine Visualisierung, da können Sie auf so ein MRT-Bild draufklicken und je nachdem, wo Sie draufklicken, leuchtet dann ein anderer Teil des Gehirns auf und Sie bekommen dann eine Info, welcher Teil des Gehirns jetzt gerade ist und welche Funktionen dieser Teil des Gehirns denn eigentlich gerade übernimmt. Also, wer mal so ein bisschen gucken will, was so im Gehirn alles rumliegt, ist das ein ganz nettes Spielzeug. Fangen wir mal mit dem groben Ganzen an. Unser Nervensystem teilt sich ganz grob ein in ein zentrales Nervensystem und ein peripheres Nervensystem. Die Unterteilung ist relativ einfach, zentrales Nervensystem ist unser Gehirn- und Markt und peripheres Nervensystem ist alles, was da dran hängt. Also unsere Peripherie, beispielsweise unsere Extremitäten, Arme, Beine, aber auch unsere Eingeweide, das ist also alles unser peripheres Nervensystem. Zum periferen Nervensystem kommen wir eben nächste Woche noch genauer. Dazu gehören dann aber vor allem eben diese ganzen Verbindungen zwischen unserem zentralen Nervensystem und dem Rest unseres Körpers, also die Spinalnerven und Hirnnerven und Körpernerven, also genau diese Verbindungen zwischen unserem Körper und dem zentralen Nervensystem. Diese Verbindungen zwischen unserem periferen und zentralen Nervensystem, die können in zwei Richtungen leiten. Das heißt, entweder wir bekommen Informationen aus unserem Körper, dann sind das die sogenannten Afferenzen oder Afferentenleitungen, das heißt all die Dinge, die uns irgendwie beeinflussen. Auf der anderen Seite haben wir eben die Leitungen, die irgendwelche Informationen aus unserem zentralen Nervensystem in unsere Peripherie transportieren. Das wären die Afferenzen. So die Eselsbrücke dazu ist, Afferenzen, die haben einen Effekt auf den Körper. Also alles, wo wir irgendwie Informationen nach außen tragen wollen, das sind die Afferenzen. Das zentrale Nervensystem, hatte ich gerade schon erwähnt, ist eben im Groben unser Neokortex, unser Großhirn, dazu zugehörend unser Kleinhirn, das hängt da hinten dran an unserem Großhirn. Unser Hirnstamm, das ist der Übertritt zwischen unserem Gehirn, unserem Rückenmark und dann unten dran eben unser Rückenmark. Und die Aufgabe unseres zentralen Nervensystems ist ganz grob die Verarbeitung von Informationen und die Steuerung unseres Körpers. Also unser zentrales Nervensystem verarbeitet, all die Informationen, die von außen an uns herangetragen werden, verarbeitet also diese afferente Information und reagiert dann auf diese afferente Information, indem es efferente Informationen, also Informationen an unser peripheres Nervensystem hinaus schickt. Wir haben also so einen ständigen Kreislauf zwischen Wahrnehmung, der Reaktion auf Wahrnehmung und dann im Aussenden von irgendwelchen motorischen, also effektorischen Befehlen. Diese motorischen Befehle, die verändern dann wieder unsere Wahrnehmung. Das heißt, wir nehmen beispielsweise, ich bewege mich, dadurch verändert sich meine Wahrnehmung und ich kann dann wieder auf die neue Wahrnehmung reagieren. Also wir haben also ständig so einen Austausch zwischen afferenter und efferenter Information. Ganz grob, unser peripheres Nervensystem unterteilt sich auf der einen Seite in ein somatisches Nervensystem und auf der anderen Seite in ein autonomes bzw. viszerales Nervensystem oder vegetatives Nervensystem. Also hier dieses autonome Nervensystem in grün, das hat ganz viele unterschiedliche Namen, je nachdem, wen Sie fragen. Ich glaube, die Frage kam auch schon mal auf, aber autonomes Nervensystem, viszerales Nervensystem, vegetatives Nervensystem, das ist alles mehr oder weniger das Gleiche. Das autonome Nervensystem, das hat eben die Aufgabe, uns Informationen aus dem Inneren unseres Körpers zu geben. Das heißt, das ist alles, wenn Sie beispielsweise merken, Sie haben Hunger, wenn Ihr Magen knurrt oder wenn Sie merken, dass Ihr Herz schlägt. Das sind alles Informationen, die über Ihr autonomes Nervensystem transportiert werden. Und genauso können Sie über Ihr autonomes Nervensystem auch Ihre inneren Organe beeinflussen. Da werden wir dann nächste Woche darauf zu sprechen kommen. Vor allem hier die zwei Stichworte Sympathikus und Parasympathikus, die für einmal Erregung und einmal Hemmung in unserem autonomen Nervensystem verantwortlich sind. Unser somatisches Nervensystem auf der anderen Seite, hier in rot eingezeichnet, das ist eben das Nervensystem, das quasi unsere Haut, unsere Muskeln, unsere Gelenke mit Informationen versorgt und beziehungsweise mit efferenten Informationen versorgt und quasi das System, mit dem wir unseren Körper wahrnehmen. Das heißt, wenn wir uns, wenn wir etwas berühren, wenn wir etwas ertasten, aber auch wenn wir die Stellung unserer Gliedmaßen im Raum bemerken, dann ist das eben Information aus unserem somatischen Nervensystem. Sowohl zentrales als auch peripheres Nervensystem sind also quasi integrierte Systeme, die miteinander kommunizieren und wie diese Systeme versorgt werden, haben wir zumindest zum Teil schon kennengelernt. Wir haben auf jeden Fall schon kennengelernt die Gliazellen, die wir im zentralen und peripheren Nervensystem haben und diese Gliazellen sind ganz zentral eben, um die Nervenzellen, also die Axone im zentralen und im peripheren Nervensystem zu versorgen. Denken Sie da nochmal an die Oleodendrozyten im zentralen Nervensystem und die Schwornzellen im peripheren Nervensystem. Wenn wir diese Schutz- und Versorgungsfunktionen nicht mal auf axonaler Ebene denken, sondern am größeren Bereich, dann müssen wir uns die sogenannten Hirnhäute und die Cerebrospinalflüssigkeit, Spinalflüssigkeit anschauen. Unser Nervensystem, vor allem unser zentrales Nervensystem, ist umschlossen von mehreren Schutzschichten. Also Sie können sich ein bisschen vorstellen, Sie haben ja alle einen Schädel, den können Sie aber selber spüren, das ist ein harte Ding, oben auf Ihrem Körper drauf und in diesem Schädel schwimmt irgendwie Ihr Gehirn drin. Das heißt Ihr Gehirn, das ist erstmal so, das ist quasi, wenn man so ein Gehirn in die Hand nimmt, das ist so eine galertartige Masse, die aber tatsächlich schwimmt. Also Ihr Gehirn schwimmt in einer Flüssigkeit der Cerebrospinalflüssigkeit. Diese Cerebrospinalflüssigkeit umschließt also Ihr zentrales Nervensystem. Und zusätzlich haben wir noch mehrere Häute, also mehrere Zellschichten, die dieses zentrale Nervensystem umschließen und hier weiteren Schutzbeam. Die Cerebrospinalflüssigkeit, die befindet sich eben um unser Gehirn und unser Rückenmark drumherum, aber wir haben auch im Inneren unseres Gehirns flüssigkeitsgefüllte Hohlräume, die eben dann vor allem dem Schutz, also quasi der Dämpfung unseres Gehirns vor äußeren Einflüssen dienen. Also wenn Sie mal mit Ihrem Kopf irgendwo gegenschlagen, dann ist eben die Cerebrospinalflüssigkeit da, um diese Bewegung Ihres Gehirns so ein bisschen abzufangen, dass nicht Ihr Gehirn ständig gegen Ihren harten Schädel gegenklatscht. Versorgt wird das Gehirn dann eben von Blutgefäßen, das hatten wir schon, wir hatten schon die Bluthirnschranke so ein bisschen kennengelernt, als wir uns mit den Gliazellen auseinandergesetzt haben. Das heißt, wir haben um unser Gehirn drumherum ein sehr feines Netz von Blutgefäßen und dann gibt es einen Stoffaustausch zwischen diesen Blutgefäßen und unserem Nervensystem über unsere Astrozyten. Wenn wir uns mal diese Hirnhäute genauer anschauen, dann sehen wir eben, dass wir drei Schichten von Hirnhäuten haben. Wir haben also ganz außen drumherum unseren Schädelknochen und unterhalb des Schädelknochens, da finden wir die sogenannte Duramata. Das ist die harte Hirnhaut, die äußerste Schicht unseres zentralen Nervens, also die äußerste Schicht unterhalb des Knochens. Und unterhalb dieser Duramata finden wir dann die Arachnoidea. Das ist eine weitere Hirnhaut, die zum Grunde, können Sie sich ein bisschen vorstellen, wie so ein ganz feines, spinnengewebsartiges Geflechtgenetz aus Bindegewebsfasern ist. Und dann drunter haben wir noch eine dritte Hirnhaut, die dann direkt auf dem Gehirn aufliegt. Das ist dann die Piamata, die weiche Hirnhaut. Das ist quasi dann diese Hirnhaut, die direkt auf dem Gehirn aufliegt. Und zwischen der Arachnoidea und der Piamata, da haben wir dann eben eine schmale Schicht, in der eben unsere Cerebrospinalflüssigkeit sich befindet. Und genauso auf der vorherigen Abbildung habe ich es ein bisschen besser gesehen, auf der Piamata drauf, da liegen dann die Blutgefäße. Also schon durch diese Hirnhaut getrennt von unserem Gehirn. Diese Cerebrospinalflüssigkeit, die befindet sich um unser Gehirn drumherum, die befindet sich auch um unser Rückenmark drumherum. Und die befindet sich eben auch in den sogenannten Ventrikeln. Das Ventrikel, die sind hier auf der Folie in blau dargestellt. Das sind also miteinander verbundene Hohlräume in unserem Gehirn, in denen sich eben diese Cerebrospinalflüssigkeit befindet. So ganz grob zusammengesetzt ist Cerebrospinalflüssigkeit nichts anderes als Salzwasser. Gebildet, das hatten wir auch schon kennengelernt, wird diese Cerebrospinalflüssigkeit von den sogenannten Epidymalzellen. Erinnern Sie sich nochmal daran an die Sitzung, wo wir auch in den IA-Zellen besprochen haben. Da haben wir gelernt, diese Epidymalzellen, die befinden sich quasi an der Grenze der Ventrikel. Da finden wir so eine ganz schmale Schicht von diesen Epidymalzellen, die eben diese Cerebrospinalflüssigkeit ständig bilden und ständig recyceln. Ich hatte es schon erwähnt, eine ganz wichtige Rolle von dieser Cerebrospinalflüssigkeit ist ein mechanischer Schutz unseres Gehirns. Also unser Gehirn schwimmt in dieser Cerebrospinalflüssigkeit und das können Sie sich ein bisschen vorstellen. Und wenn Sie so ein Gurkenglas voll mit Gurken haben und die schückeln das, dann schwappen die Gurken eben nicht an das Glas hinan, sondern sind quasi in der Flüssigkeit so ein bisschen geschützt. Wenn das mal schief geht, das kennen Sie vielleicht auch, dann bekommen Sie eine Gehirnerschütterung. Also wer das schon mal hatte, wer auf dem Fahrrad gefallen ist, eine Gehirnerschütterung hatte, das ist dann so ein Fall, da reicht der Schutz der Cerebrospinalflüssigkeit nicht mehr aus und der Gehirn schwappt zum Beispiel vorne an die Stirn oder hinten an die Hinterseite Ihres Schädels dran. Das kann dann ein bisschen unangenehm sein, das wird dann wahrscheinlich schwindelig, kann zu Übelkeit führen, kann aber dann auch tatsächlich zu Bewusstlosigkeit führen, je nachdem wie stark dieser Aufprall dann dabei ist. Abgesehen von diesem mechanischen Schutz hat die Cerebrospinalflüssigkeit eine ganz wichtige Funktion bei der Regulation des Haushalts in unserem Körper, im Haushalt unseres zentralen Nervensystems. Sie reguliert also ein bisschen die Funktion unseres zentralen Nervensystems. Das ist ganz wichtig beispielsweise für den Temperaturhaushalt unseres zentralen Nervensystems, ist auch ganz wichtig für den Abbau von ganz bestimmten Abbauprodukten aus unserem zentralen Nervensystem. Das heißt, wenn Sie beispielsweise nachweisen wollen, ob eine Patientin, ein Patient von Ihnen, den Sie irgendwann mal in Ihrer Karriere als klinischer Psychologin, als klinischer Psychologe in einer Klinik sehen und Sie haben dem ein Medikament gegeben, dann wollen Sie wissen, okay, wird dieses Medikament von dem Patienten genommen zum Beispiel oder wird es auch wirklich im Gehirn verwendet, dann können Sie die Cerebrospinalflüssigkeit punktuieren, also quasi eine Nadel reinstechen, ein bisschen Flüssigkeit absapfen, um dann zu sehen, finden sich da ganz bestimmte Abbauprodukte von diesem Medikament oder von ganz bestimmten Drogen in dieser Cerebrospinalflüssigkeit. Weil eben genau diese Abbauprodukte werden eben über diese Cerebrospinalflüssigkeit dann aus dem zentralen Nervensystem entzogen, um dann abgebaut zu werden. Wenn wir aber abgesehen davon noch irgendwelche Stoffe an unser Gehirn hinbringen wollen, dann brauchen wir eben unsere Blutgefäße. Die Blutgefäße, die können Sie bei sich selber auch mal so ein bisschen erfüllen. Das sind hier diese Arterien, die hier am Hals entlang hochziehen. Da können wir auch ganz schön über den Puls messen. Also wenn man hier so die Hand dran legt, dann merkt man eben den Herzschlag, den Puls hier an diesen Arterien. Das sind also sehr dicke, sehr große Arterien. Die ziehen an beiden Seiten Richtung Gehirn hoch und teilen sich dann in mehrere paarige Arterien auf, die dann die Vorderseite, den Mittelteil und die Rückseite ihres Gehirns versorgen. Ganz wichtig, wir haben eine Blut-Hirn-Schranke. Wir haben also eine Schranke zwischen unseren Blutgefäßen und dem Nervengewebe. Das heißt, wir haben keinen direkten Übertritt von Stoffen aus dem Blut ins Gehirn, sondern hier müssen diese Stoffe aus dem Blut eben über unsere Glia-Zellen aufgenommen werden und dann an die Nervenzellen weitergegeben werden. Das gilt nicht für alle Stoffe, sondern es gibt beispielsweise Drogen, die können die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Denken Sie hier an Nikotin beispielsweise oder, wir haben es schon kennengelernt, den Vorlauf von Dopamin, L-Dopa. Das sind alles Stoffe, die können die Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Genauso ist beispielsweise bei Kindern die Blut-Hirn-Schranke noch nicht gut ausgebildet. Das heißt, gerade bei Kindern muss man eben aufpassen, dass man denen keine Drogen gibt oder keine Medikamente gibt oder ein bisschen aufpassen muss mit Medikamenten geben, weil die eben sehr leicht bei Kindern in das nicht vollständig ausgereifte Nervensystem übertreten können. Also gerade an Weihnachten, wer jetzt von Ihnen kleine Kinder hat, an Weihnachten ein bisschen aufpassen mit den Rumkugeln. Diese Blutgefäße, die befinden sich eben, wir haben es vorhin schon gesehen, ich springe mal ganz kurz auf die nächste Folie, dann sehen wir es nochmal, eben also im Bereich oberhalb der Piamata, zwischen der Arachnoidea und der Piamata, da befinden sich quasi die Blutgefäße und die gehen dann in diese ganzen kleinen Falten des Neokortex hinein, damit da dann eben die Stoffe, Sauerstoff und Nährstoffe aus dem Blut aufgenommen werden können. Ganz wichtig, die Sauerstoffkonzentration im Blut, im Gehirn, die hängt ganz eng damit zusammen, wie aktiv ein ganz bestimmter Bereich unseres Gehirns ist. Das ist der sogenannte BOLD-Effekt, Blood Oxygenation Level Dependent Effekt, den man unter anderem mit dem FMRT untersucht. Das werden wir uns nächste Woche nochmal genauer angucken, was es eigentlich genau ist in FMRT und was man damit genau misst. Aber eben diese Versorgung mit Blut, die hängt eben ganz stark damit zusammen, was unser Gehirn gerade tatsächlich tut. Also die ist nicht immer konstant, die ist nicht immer gleich, sondern die Bereiche ihres Gehirns, die gerade mehr tun. Die werden auch tatsächlich stärker durchblutet, die werden stärker mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Schauen wir uns das Ganze also nochmal zusammen an. Also ganz grob zusammengefasst, wir haben drei Dinge, die unser Gehirn schützen und versorgen. Das erste sind eben die Hirnhäute, die tatsächlich so einen physikalischen Schutz vor äußeren Einflüssen bieten. Also wir haben eben unsere Haut, wir haben so einen Schädel und dann haben wir nochmal drei Hirnhäute, die quasi nochmal so eine Schutzschicht um unser Gehirn drumherum bieten. Unterhalb dieser Hirnhäute, also unterhalb der Archnedea, finden wir dann unsere Cerebrospinalflüssigkeit. Die finden wir auch eben in den Ventrikeln. Also diese Flüssigkeit, die unser Gehirn vor mechanischen Einflüssen schützt und hier auch das Gehirn reguliert. Und zusätzlich haben wir noch unsere Blutgefäße, die unser Gehirn mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgen. Jetzt wissen wir also ganz grob mal den groben Aufbau unseres Nervensystems. Wenn wir also so ein Nervensystem vor uns liegen haben, wissen wir schon mal ganz grob, was da alles dranhängt. Jetzt können wir uns mal anschauen, was die einzelnen Teile denn genau für eine Funktion haben. Diese Untersuchung der Funktion des Gehirns, die hat eine sehr, sehr lange Tradition. Die hat angefangen mit den frühen Theorien, was denn eigentlich das Gehirn sein soll. Mit den alten griechischen Philosophen, die erstmal gedacht haben, okay, das Gehirn ist nicht so ganz so wichtig. Das könnte beispielsweise nur ein Wärmetauscher sein. Bis dann eben man draufkam, okay, das Gehirn ist dann vielleicht doch irgendwie sinnvoll und irgendwie wichtig. Bis dann eben tatsächlich im 17. und 18. Jahrhundert man draufkam, okay, schauen wir uns doch mal an, was denn eigentlich das Gehirn tatsächlich funktionell macht. Ein ganz wichtiger Forscher dabei, hier steht es schon im 19. Jahrhundert, war Paul Flexig, der in Zwickau geboren, in Leipzig gestorben, also in Ostdeutschland untersucht hat, wie denn eigentlich unser Gehirn aufgebaut ist und wie unser Gehirn strukturiert ist. Da haben wir also angefangen sich zu überlegen, wir nehmen unser Gehirn und schauen mal an, welche Funktionen könnten denn jetzt nicht das gesamte Gehirn haben, sondern welche Funktionen könnten einzelne ganz spezialisierte Teile haben. Und Paul Flexig ist eben herangegangen und hat sich überlegt, wie und wann werden denn ganz bestimmte Teile unseres Gehirns myelinisiert. Also Myelinisierung haben wir schon kennengelernt, diese Umwicklung unserer Axone mit Oleodendrozyten im zentralen Nervensystem, die entsteht nicht immer gleichzeitig, sondern die entsteht über unsere individuelle Entwicklung. Also wir haben Bereiche unseres Gehirns, die werden früh myelinisiert und wir haben Bereiche unseres Gehirns, die werden spät myelinisiert. Und aus dieser Beobachtung, dass unterschiedliche Bereiche unseres Gehirns zu unterschiedlichen Entwicklungszeiträumen myelinisiert werden, hat er eben abgeleitet, dass diese Bereiche unseres Gehirns auch unterschiedliche Funktionen erfüllen sollten. Er hat also hier aufgestellt die Idee, dass gerade eben die Bereiche unseres Gehirns besonders früh myelinisiert werden, die vor allem für unsere sensorischen und motorischen Fähigkeiten relevant sind. Also die Bereiche unseres Gehirns, die wir schon früh in unserer individuellen Entwicklung brauchen, die werden auch die Reifen auch früh, die werden also auch früh myelinisiert. Auf der anderen Seite eben Bereiche, die wir erst relativ spät in unserem Leben brauchen, die werden auch erst spät myelinisiert. Beispielsweise unser Präfrontalkortex. Das ist der Bereich hier vorne in unserem Gehirn unterhalb der Stirn. Das ist der Bereich unseres Gehirns, der als letztes myelinisiert wird. So in Ihrer individuellen Entwicklung wird der tatsächlich erst zum Ende Ihrer Pubertät fertig myelinisiert. Das heißt, das ist ein Bereich, den können Sie erst dann voll nutzen, wenn Sie wirklich mit Ihrer individuellen Entwicklung so einigermaßen fertig sind. Das ist ein bisschen die Ausrede dafür, warum Sie vielleicht als junger Mensch blöde Sachen gemacht haben. Ihr Präfrontalkortex, der ist ganz relevant für die Handlungssteuerung und dieser Präfrontalkortex, der für die Handlungssteuerung eben relevant ist, der wird auch tatsächlich erst relativ spät in Ihrem Leben entwickelt. Also so mit 17, 18 ist er nicht fertig vollentwickelt, ist nicht fertig myelinisiert, kann also nicht das tun, was er eigentlich sollte. In einer ähnlichen Tradition hat Korbinian Brotmann dann nicht die Myelinisierung angeschaut, sondern hat sich angeschaut, gibt es denn Unterschiede im Aufbau unseres Gehirns. Also gibt es Unterschiede in unsere Bereiche unseres Gehirns, die unterschiedlich aufgebaut sind. Hat sich hier also die Struktur einzelner Zellen angeschaut, also nicht angeschaut, sind einzelne Zellen myelinisiert oder nicht myelinisiert, sondern hat sich angeschaut, wie unterscheiden sich die unterschiedlichen Bereiche unseres Gehirns in ihrem Aufbau. Hat also hier eine Assoziation aufgestellt zwischen der Struktur, also aus welchen Zellen, also wie ist der Bereich des Gehirns zusammengesetzt und einer ganz bestimmten Funktion. Er ist also weitergegangen als Paul Flexig und hat hier nicht nur gesagt, okay, es gibt irgendwie funktionell frühe und funktionell späte Bereiche, sondern hat hier tatsächlich einzelne Areale umschrieben, die eine ganz bestimmte Funktion haben sollen. Von diesem Korbinian-Brotmann gibt es dann einen ganz, ganz berühmten Atlas, den wir auch heute immer noch verwenden, den sogenannten Brotmann-Atlas. Dieser Brotmann-Atlas, hier auf der Folie haben Sie die Abbildung, die ist auch heute immer noch gängig und heute wird immer noch heute verwendet. Eben hier die Identifikation von diesen funktionellen Bereichen, die eben ganz distinkt, ganz eindeutig durch ihren Aufbau voneinander abgrenzbar sind. Diese Brotmann-Areale, abgekürzt BA, die findet man heute auch noch in Textbüchern, in wissenschaftlichen Artikeln. Da gibt es immer eine Nummer, beispielsweise BA17, das ist unser primärer visueller Kortex, hinten an unserem Occipitallappen oder BA40, das ist unser obere Temporallappen, unser auditorischer Kortex. Also es gibt so einzelne Nummern, die eben ganz bestimmte Bereiche unseres Gehirns umschreiben. Die müssen Sie nicht auswendig lernen, aber wenn Sie mal diesen Zahlen begegnen, wissen Sie, okay, wunderbar, die hat hier Herr Brotmann am Beginn des 20. Jahrhunderts hat hier diese Nummerierung aufgestellt und die wird auch heute immer noch verwendet. Und ich werde auch tatsächlich immer mal wieder, wenn wir uns über die einzelnen funktionellen Bereiche unseres Gehirns unterhalten, werde ich auch immer wieder auf diese Brotmann-Areale zurückkommen und sage Ihnen, okay, das ist Brotmann-Areal 17, 18, 19 und dann zeige ich Ihnen dazu ein Bild, dass Sie dann wissen, wo die liegen. Diese Untersuchung der funktionellen Spezialisierung, die wurde dann weitergeführt bis im 20. Jahrhundert vom Ehepaar Vogt-Münier, die sich dann eben nicht nur angeschaut haben, okay, wie ist denn das Gehirn aufgebaut, also welche Funktion kann ich aus der Struktur ableiten, sondern die haben dann tatsächlich auch sich angeschaut, okay, was passiert denn mit dem Gehirn, wenn ich da so ein bisschen rumstochere. Also die haben dann beispielsweise elektrisch Bereiche des Gehirns stimuliert, um dann zu schauen, okay, was passiert denn im Gehirn, wenn ich da eine ganz bestimmte Stelle stimuliere. Das wurde unter anderem auch von Wilder Penfield pionisiert, diese Untersuchung, wo man eben dann bei Menschen, die wegen einer Epilepsie am Gehirn operiert wurden, dann einfach mal am offenen Gehirn Bereiche stimuliert hat, um zu schauen, okay, wenn ich an einer ganz bestimmten Stelle stimuliere, was macht denn dann die Person, die gerade vor mir liegt. Also hier geht es also dann darum, genau anzuschauen, nicht nur den Aufbau des Gehirns, sondern daraus auch wirklich dann einzelne Funktionen abzuleiten, um das Ganze dann auch nicht nur auf neokortikaler, also auf der Ebene der großen Rinde zu machen, sondern vor allem auch auf der Ebene der tieferen Bereiche, also der Kerngebiete unterhalb der neokortikalen Rinde. Also hier ging es eben dann vor allem darum, wirklich genau zu schauen, welche Funktionen haben denn ganz bestimmte Bereiche unseres Gehirns. Wir haben es schon kennengelernt, wir können unsere Nervenzellen auf ganz bestimmte Art und Weise klassifizieren, die aber ganz grob haben die immer die gleiche Form. Erinnern wir uns nochmal dran, wir haben bei solchen Nervenzellen immer unseren Zellkörper, an diesem Zellkörper dran haben wir unsere Dendriten, die Eingangsstruktur der Nervenzelle, unten dran haben wir unseren Achsonen, die Ausgangsstruktur unserer Nervenzellen. Und wenn wir uns jetzt im zentralen Nervensystem befinden, dann sind hier zwei Arten von Nervenzellen ganz, ganz zentral. Und das sind einmal unsere Pyramidenzellen und auf der anderen Seite unsere Interneuronen. Also lokale Projektionsfasern und weitreichende Projektionsfasern. Lokale Projektionsfasern, lokale Interneurone und weitreichende Projektionsfasern, das sind die Verbindungen, um eben Informationen in unserem Gehirn zu transportieren. Und Pyramidenzellen, das sind die eigentlichen Recheneinheiten unseres Gehirns. Die Pyramidenzellen, das sind, können Sie schon mal merken, das sind im Grunde die wichtigsten Verarbeitungseinheiten in unserem zentralen Nervensystem. Also wir haben quasi Zellen, die die eigentliche Informationsverarbeitung übernehmen. Das sind die Pyramidenzellen. Davon haben wir ganz grob zwei Klassen. Wir haben einmal erregende und einmal hemmende Pyramidenzellen. Und wir haben es schon kennengelernt. Erregende Pyramidenzellen, die haben als Neurotransmitter unser Glutamat und die hemmenden Pyramidenzellen, die haben als Neurotransmitter GABA. Diese Pyramidenzellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie pyramidenförmig sind. Das ist relativ naheliegend. Also die haben quasi so einen pyramidenförmigen Zellkörper. Und oben an diesem pyramidenförmigen Zellkörper obendran haben die einen sehr, sehr langen Dendritenbaum, den sogenannten Apikaldendriten. Und unten dran an dieser Pyramide hängt dann ein Axon. Und je nachdem, ob das jetzt eine lokale Faser ist oder eine Projektionsfaser, kann dieses Axon entweder sehr, sehr lang oder sehr, sehr kurz sein. Also wir haben manche Pyramidenzellen, die eben Axone haben, die auch durchaus einen Meter lang sein können, je nachdem, wo die in ihren Körper hinziehen. Auf der anderen Seite ganz wichtig sind unsere Interneurone. Und diese Interneurone, die bilden die Verbindungen, die Verschaltungen zwischen diesen Pyramidenzellen. Also die vermitteln also Informationen zwischen benachbarten Pyramidenzellen, leiten die Informationen also von einer Recheneinheit weiter zur nächsten Recheneinheit. Und aus diesen unterschiedlichen Zellen, also unterschiedlichen Pyramidenzellen und Interneuronen, ist dann unser Gehirn, unser Zentralnervensystem aufgebaut. Ganz grob haben wir, also als Faustregel, in unserem Zentralnervensystem sechs Zellschichten. Wir beschränken uns jetzt mal auf unsere Großhirnrinde, also den äußersten Bereich unseres Neokortex. Der ist sehr regelmäßig aus sechs Zellschichten aufgebaut. Die äußerste Schicht, die Molekularschicht, die ist erstmal, da finden wir vor allem Gliazellen und einzelne isolierte Neuronen, die vor allem so laterale tangentiale Verbindungen über die Fläche unseres Neokortex haben. Drunter, in der zweiten Schicht, haben wir die äußere Körnerschicht. Diese äußere Körnerschicht, die zeichnet sich dadurch aus, dass wir da sowohl Pyramidenzellen als auch sogenannte Körnerzellen haben. Diese Körnerzellen, die heißen Körnerzellen, weil sie so aussehen wie so kleine isolierte Körner, die haben also relativ kurze Verzweigungen, die sind vor allem lokale Verbindungen, die aber sich quasi alle mehr oder weniger in der gleichen Schicht befinden. Sie sehen es auf der Abbildung in unterschiedlichen Färbemethoden. Die Färbemethoden haben wir ja schon kennengelernt. Entweder Golgi-Stain, der eben das gesamte Neuron färbt, oder den Nissel-Stain, der nur den Zellkörper färbt, oder der Weigert-Stain, der dann vor allem die Axone färbt. Da kann man eben unterschiedliche Färbemethoden, kann man eben unterschiedliche Bereiche des Axons einfärben und sieht daran eben, wo liegen hier die Zellkörper und wo haben die Verbindungen hin. Da sehen wir eben hier an der Körnerschicht, da finden wir eben Pyramidenzellen, aber die haben eben keine, also sie haben vor allem Verbindungen in der gleichen Schicht. Als nächstes in der dritten Schicht finden wir die äußere Pyramidenschicht. Pyramidenschicht, das heißt schon, hier haben wir ganz viele Pyramidenzellen. Und diese dritte Schicht, die zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier Verbindungen, axonale Verbindungen über relativ große Distanzen haben. Das heißt, hier ziehen die Axone in andere Zellschichten hinein. Also quasi vor allem die Verbindung entlang dieser sechs Zellschichten ist hier relevant. Drunter haben wir dann die innere Körnerschicht, auch wieder ganz relevant. Wir haben eine äußere und eine innere Körnerschicht. Körnerschicht zeichnet sich wieder dadurch aus, dass wir viele Körnerzellen haben, also hier kleine Zellen. Wiederum, genau wie wir es bei der äußeren Körnerschicht haben, haben wir hier vor allem eben horizontale Verbindungen, also innerhalb der gleichen Schicht. Diese vierte Schicht, diese innere Körnerschicht, die ist auch ganz relevant, weil hier sehr viel Information ankommt. Also das ist die wichtigste afferente Schicht, wo beispielsweise ganz viel Input aus unserem Thalamus ankommt. Also alle sensorische Information landet hier in dieser vierten Schicht. Drunter haben wir dann die innere Pyramidenschicht, genau wie wir eine äußere Pyramidenschicht haben, haben wir auch wieder eine innere Pyramidenschicht. Zeichnen sich eben auch wieder dadurch aus, dass hier viele Pyramidenzellen vorhanden sind, die auch wieder, genau wie wir es bei der äußeren Pyramidenschicht haben, ganz viele Verbindungen zu den anderen Zellschichten haben, also relativ weitläufige Verbindungen haben. Und dann haben wir zu guter Letzt als sechstes die multiforme Schicht, die dann quasi ganz als unterste, als sechste Schicht eine Verbindung, auch wieder ganz viele ganz starke laterale Verbindungen zu den anderen, zu anderen Bereichen unseres Gehirns darstellt. Also noch ganz kurz als Nebenaspekt, ich hatte es glaube ich vergessen zu erwähnen, die Eins, also die äußerst, die Eins ist quasi die Schicht, die nach außen zum Kopf hin zeigt, die Sechs ist die innerste Schicht, die quasi zur inneren, zur Innenseite unseres Gehirns heran zeigt. Diese Zellschichten, die haben eben unterschiedliche Aufgaben und wir haben, und wir haben es ja schon gelernt, wir können ganz grob unsere Aufgaben unseres Gehirns in afferente und efferente Informationsverarbeitung einteilen. So haben wir eben eine ganz wichtige afferente Schicht, das ist die vierte Zellschicht, das ist die Zellschicht in unserem Neokortex, die Informationen aus unseren sensorischen Systemen erhält. Auf der anderen Seite haben wir die zweite und die fünfte Schicht, das sind die efferenten Schichten, also aus diesen Schichten ziehen ganz viele lange Axone dann eben Richtung Rückenmark, Richtung peripheres Nervensystem. Und so können wir uns eben anschauen, je nachdem wie dick eine ganz bestimmte Zellschicht in unserem zentralen Nervensystem ist, können wir daraus ableiten, welche Aufgabe dieser Bereich unseres zentralen Nervensystems vermutlich hat. Wir sehen es hier beispielsweise im zweiten Block, da sehen wir beispielsweise den primären motorischen Kortex. Der primäre motorische Kortex, der ist vor allem dazu da, Informationen direkt an unser Rückenmark weiterzuleiten. Also Informationen über unsere Bewegungen werden aus unserem primären motorischen Kortex an den Rückenmark, ans Rückenmark weitergeleitet. Also das ist ein Bereich unseres Gehirns, der ganz starke effektorische oder efferente Eigenschaften. Das heißt, hier brauchen wir keine Zellschicht 4, weil hier kommt keine Information an, sondern hier müssen wir nur Informationen losschicken. Das heißt, hier im primären motorischen Kortex, da ist die Zellschicht 4, die ist ganz ganz klein, die brauchen wir im Grunde nicht. Dafür sind eben die Zellschichten 3 und 5 extrem groß, weil wir eben hier sehr viel Information rausschicken müssen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns unseren primären visuellen Kortex anschauen, also der Bereich hinten in unserem Kopf dran, Occipitallappen, wo unsere visuelle Information ankommt, die muss im Grunde dieser Bereich, der muss keine Information nach außen schicken, sondern der muss erstmal nur Informationen sammeln, hat also eine ganz starke afferente Aufgabe. Da haben wir eine sehr große Schicht 4, also die ist ganz ganz relevant, um hier Informationen aufzunehmen. Also wir können eben quasi aus dem Aufbau unseres Neocortex ableiten, welche Funktion dieser Bereich unseres Gehirns gerade haben. Bei dieser Betrachtung der unterschiedlichen Aufgaben, der unterschiedlichen Zellschichten und unterschiedlichen Bereiche unseres Gehirns sind zwei Begriffe ganz zentral, nämlich einmal Feed Forward und einmal Feed Back. Also einmal die aufsteigende bzw. Vorwärtsleitung von Informationen und einmal die absteigende bzw. die Rückwärtsleitung von Informationen. Feed Forward bzw. Ascending, das ist all die Information, die von frühen Verarbeitungsstufen weitergegeben wird an höhere Verarbeitungsstufen. Das werden wir uns nächste Woche noch genauer anschauen, aber wir haben in unserem Gehirn, unserem Zentralnervensystem eine hierarchische Informationsverarbeitung. Das heißt, Informationen, die wir bekommen, die wird in sogenannten frühen Bereichen unseres Zentralnervensystems, beispielsweise im primären visuellen Kortex oder primären auditorischen Kortex verarbeitet und von da weitergegeben, also nach oben weitergegeben, in der Hierarchie nach oben weitergegeben, an sekundäre und tertiäre Verarbeitungsstufen. Das ist der Feed Forward-Schritt. Genau, die Frage geht danach, was meint hier höher? Also höher bedeutet sowohl in einem anatomischen als auch in einem funktionellen Sinne. Also das werden wir uns nächste Woche oder wir werden es heute noch genauer anschauen, wie eben die einzelnen sensorischen Systeme aufgebaut sind. Das heißt, wir haben beispielsweise einen Bereich, bleiben wir im visuellen System, einen Bereich im primären visuellen Kortex, bekommt eine direkte Verbindung zum Thalamus, also eine direkte Verbindung zu unserem sensorischen Eingang. Dann haben wir anschließend einen sekundären oder einen tertiären visuellen Kortex, die haben keine direkten Verbindungen mehr zum Thalamus, sondern wir kommen eben in Input vom primären visuellen Kortex. Das heißt, wir haben so eine rein anatomische Trennung in unterschiedliche funktionelle Bereiche. Das heißt, je weiter wir von unserem sensorischen Inhalt weg sind, desto höher gehen wir in der Hierarchie. Gleichzeitig haben wir aber auch eine funktionelle Hierarchie, nämlich wir haben die beiden Begriffe schon kennengelernt, konvergente und divergente Informationsverarbeitung. Hier wird also Information zusammengefasst zu immer abstrakteren Informationen. Das heißt, auf Ebene der primären sensorischen Areale, da werden einfache Informationen verarbeitet. Im visuellen Kortex, Kanten, Farben, Kontrasten. Und je höher wir kommen, desto komplexer wird diese Information, bis wir eben dann spezialisierte visuelle Areale haben, die für Gesichter relevant sind oder für Häuser oder für Hände. Also da wird quasi die Information immer weiter zusammengefasst. Wird deswegen auch eine funktionelle Hierarchie aufgenommen. Hat das die Frage beantwortet? Okay, wunderbar. Gleichzeitig haben wir auch eine Feedback-Verarbeitung. Ja, sorry. Genau, die Frage ist, ist der primäre visuelle Kortex der, der anatomisch am weitesten hinten im Gehirn liegt? Zufälligerweise ja. Das hat aber keinen funktionellen Grund, dass der ganz hinten liegt. Nee, also genau. Also die Frage ist, ist außen, also ist quasi die räumliche Richtung, hat die räumliche Richtung irgendwas mit der funktionellen Richtung zu tun? Nein, das ist beim visuellen Kortex, ist das zufälligerweise so, dass der primäre visuelle Kortex ganz außen liegt. Beim auditorischen System liegt der primäre visuelle Kortex zum Beispiel an der Oberseite unseres Temporallappens. Oder im somatosensorischen System liegt der an der Zentralfurch. Also das hat keinen funktionellen Grund, dass der primäre visuelle Kortex komischerweise ganz hinten in unserem Kopf liegt. Auf der anderen Seite haben wir Feedback-Verbindungen. Das heißt, wir haben auch einen Zurückfluss von Informationen aus funktionell höher gelegenen Arealen zurück auf frühe Areale. Das heißt, wir haben einen Einfluss von späterer Informationsverarbeitung auf die frühe Informationsverarbeitung. Also höhere Areale können Informationen zurückgeben auf frühe Areale. Das ist vor allem ganz relevant in unserem motorischen System. Da müssen wir ja quasi von abstrakten Handlungsplänen, wie ich möchte, jetzt zur Vorlesung gehen, zu einem sehr konkreten Handlungsplan kommen, nämlich ich muss einen Fuß vor den anderen setzen. Das heißt, ich muss von etwas sehr abstraktem hin zu etwas sehr konkretem kommen. Also das ist genau ein Beispiel für so ein Feedback-Prozess, wo ich quasi diesen umgekehrten Informationsfluss habe. Gibt es dazu erstmal noch weitere Fragen von Ihnen? Okay, wunderbar. Dann schauen wir uns mal an, was wir eigentlich in unserem Gehirn so an funktionellen Bereichen rumliegen haben. Unser Gehirn können wir ganz grob einteilen und das ist auch wirklich nicht die einzige Einteilung, die es gibt, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, unser Gehirn einzuteilen. Aber wir halten uns jetzt mal grob an die Struktur, die uns der Herr Chandri vorschlägt. In unser Vorderhirn, das ist quasi der OIS, unser Neokortex, der oberste Bereich unseres Gehirns. Drunter haben wir unser Mittelhirn, dann noch eine Stufe drunter haben wir unser Rautenhirn und dann als zuletzt haben wir unsere Medulla oblongata, also die Verbindung zu unserem Rückenmark. Also wir haben so unterschiedliche Bereiche unseres Zentralnervensystem, unseres Gehirns, die ganz bestimmte Funktionen erfüllen. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wir fangen jetzt mal von unten an, schauen uns mal an, was macht eigentlich dieser Bereich von der Verbindung von unserem Rückenmark zu unserem Zentralnervensystem, eben die Medulla oblongata. Das ist also der Bereich, wenn wir uns anschauen, wir haben unseren Schädel und irgendwo an unserem Schädel dran haben wir so einen Übergang, wo wir quasi aus unserem Gehirn zu unserem Rückenmark kommen. Und hier in diesem Bereich, in der sogenannten Medulla oblongata, da finden wir ganz viele Kerngebiete. Also Kerngebiete, das sind immer Bereiche von Nervenzellen, die irgendwie eine ganz bestimmte Funktion erfüllen. Da haben wir eben ganz viele Kerngebiete, die ganz relevant sind für die Kommunikation zwischen den höheren Arealen und dem Rest unseres Körpers. Da haben wir zum Beispiel eben hier Bereiche, die sind relevant für die Steuerung der Willkürmotorik, vor allem für die Unterstützung der Willkürmotorik. Wir haben hier Kerngebiete, die sind relevant für die Steuerung der vegetativen Funktionen. Wir haben hier Steuerungsgebiete, also vegetative Funktionen, vor allem sowas wie Schlaf-Wach-Rhythmus, Herzschlag, Lungenfunktion, all diese Bereiche haben wir hier eben Kerngebiete und wir haben hier auch ganz viele vegetative Reflexe. Also das sind eben hier diese Bereiche quasi einem Übergang vom Zentralnerven, vom Gehirn zum Rückenmark. Das kennen Sie eventuell, wenn Sie beispielsweise, wenn es Ihnen übel ist, dann können Sie, also wenn Sie beispielsweise etwas Schlechtes gegessen und Ihnen ist übel, dann können Sie diesen Bereich kühlen und das unterdrückt dann dieses Übelkeitsgefühl. Das sind also Bereiche, die sind quasi für die Steuerung Ihres Magens, Ihrer Darmfunktion ganz relevant. Genauso haben wir eben bei Verletzungen, kommt es eben hier häufig eben zu Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. So, es war hinten eine Frage zuerst. Hat sich erledigt? Okay, dann Sie. Achso, nee, okay, genau. Ich verstehe Ihre Frage. Die Frage ist, hat die Anordnung meiner Bullet Points eine funktionelle Ordnung? Nein, hat sie nicht. Das sind quasi, diese Bullet Points sind Beispiele dafür, für Funktionen, die eben hier in der Medulla oblongata sind. Genau, also beispielsweise die Olivenkerne sind relevant für die auditorische Verarbeitung. Also quasi eine frühe Stufe der auditorischen Verarbeitung. Nein, nein, Sie müssen nicht wissen, welcher Kern was kann. Sie sollten nur ganz grob wissen, was macht die Medulla oblongata. So, ganz grob. Wir sind hier nicht im Medizinstudium. Also wir wollen nur grob wissen, okay, Medulla oblongata, verlängertes Rückenmark, das ist relevant für die Steuerung unserer vegetativen Funktionen. Auch relevant eben für die Unterstützung von unserer Willkürmotorik. Das hat unter anderem ganz wichtige funktionelle Bedeutung, da eben hier Verletzungen oder kann eben sich auf körperliche Vorgänge auswirken. Dass Sie beispielsweise, wenn Sie Patientinnen und Patienten haben, die häufig über Übelkeit oder Erbrechen oder so klagen, dann kann man eben hier auch schon mal schauen, gibt es hier möglicherweise funktionelle Einschränkungen auf Ebene des Gehirns. Das wären Dinge, die Sie abklären sollten, bevor Sie eine Patientin, einen Patienten mit einer Somatisierungsstörung eben behalten. Deswegen ist es wichtig, dass Sie solche Dinge wissen. Ein Schritt weiter oben sind wir dann bei der sogenannten Brücke, beim Pons. Diese Brücke, wir gehen einen Schritt weiter nach oben, hier in blau eingezeichnet, die ist vor allem relevant für die Verbindung zwischen unseren beiden Kleinhirnhemisphären. Also unser Kleinhirn ist aufgeteilt aus zwei Hemisphären, aus zwei Hälften und die beiden Hälften, die kommunizieren über eine Überfaserverbindung hier in der Brücke. Genauso finden wir im Pons hier auf- und absteigende Verbindungen zwischen Großhirn und Rückenmark, hier so in diesen blauen und roten Pfeilen eingezeichnet, die von oben nach unten hier durchziehen. Wir haben also hier also quasi eine Weiterleitung von Informationen aus unserem Großhirn an unser Rückenmerk und wir finden hier auf Ebene des Pons unsere Hirnnervenkerne, die werden wir uns nächste Woche noch genauer anschauen. Hirnnerven, das sind all die Nervenkerne, die unser Gesicht, unseren Kopfbereich mit sensorischer und motorischer Information verarbeiten. Also beispielsweise Ihren Kiefer, Ihre Zunge, da haben wir eben die Kerngebiete, die Information entspringt eben hier auf Ebene der Brücke. Wenn wir uns mal jetzt dann eben anschauen, diese Brücke verbindet eben unsere beiden Kleinhirnhemisphären. Schauen wir uns als nächstes also das Kleinhirn an. Das ist quasi der Bereich, der hängt so unten an unserem Gehirn dran. Das ist so hier hinten dran, quasi an der Unterkante unseres Schädels. Dieses Kleinhirn, das ist eine ganz interessante Struktur, die hat nämlich dieses Kleinhirn, obwohl es relativ klein ist, enthält das fast genauso viele Nervenzellen wie unser Großhirn. Das ist ein extrem eng, dicht gepacktes Gebilde von Nervenzellen, die aber nicht sonderlich stark miteinander kommunizieren, sondern die nehmen ganz viel Informationen auf und geben die aber nicht sonderlich viel weiter. Wir haben hier sogenannte Prokinje-Zellen und diese Prokinje-Zellen ist eine Sonderform der Pyramidenzellen, die sich dadurch auszeigen, dass sie einen extrem weit verbreiteten Dendritenbaum haben, also sehr, sehr viele Dendriten und ein extrem kurzes Axon nur haben. Da haben wir also sehr, sehr viele, sehr lokale Informationsverarbeitungseinheiten, die Informationen quasi verarbeiten und steuern, aber nicht miteinander koordinieren. Dieses Kleinhirn oder auch Cerebellum genannt, das ist relevant für die Feinabstimmung unserer Motorik. Das heißt, wir bekommen hier im Kleinhirn, kommt Information aus unseren Gelenken und unseren Muskeln an, quasi aufsteigende, afferente Information aus unserem Körper und diese aufsteigende, afferente Information unseres Körpers wird dann abgeglichen mit unseren absteigenden, motorischen Informationen, um hier eine Feinabstimmung bereitzustellen. Das heißt, wir haben dieses Kleinhirn ist vor allem dann relevant, wenn wir die gerade ausgeführten Bewegungen fein tunen wollen, also fein steuern wollen. Dieses Kleinhirn ist vor allem auch relevant für das Lernen von Bewegungsmustern, also vor allem das Lernen, falls Sie irgendeine Bewegung quasi ausführen wollen, aber nicht genau zu dem Ziel kommen, was Sie eigentlich vorhatten. Also das ist quasi dieses implizite Feedback, okay, ich habe eine, ich habe quasi eine, eine motorische, eine Handlung möchte ich ausführen, aber die führt nicht zum Ziel, also muss ich meine Handlung so ein bisschen fein steuern und dann ist quasi dieses Feinsteuern, dieses ständige Updaten der motorischen Informationen, die dann zu einer Verbesserung unserer motorischen Fähigkeiten führt, die erfolgt hier vor allem im Kleinhirn. Das heißt, Sie werden es vielleicht bei Herrn Kernbach, haben Sie schon Psy B6, Lernen und Gedächtnis, haben Sie es vielleicht schon kennengelernt, das implizite Gedächtnis. Das implizite Gedächtnis, das ist ja quasi unser Gedächtnis für Handlungen, also Dinge, die wir so nebenher einfach mitbekommen. Und für dieses implizite Lernen ist eben genau unser Kleinhirn ganz relevant. Also selbst wenn wir Patientinnen und Patienten haben, die kein bewusstes Lernen mehr haben, dann können die trotzdem noch neue Fähigkeiten lernen, weil das eben unterschiedliche Strukturen sind. Gehen wir einen Schritt weiter, sind wir immer noch hier im Hirnstamm, kommen wir dann also zur sogenannten Formatio reticularis. Diese Formatio reticularis, die ist also quasi jetzt der nächste Schritt, wenn wir vom Pons weiter nach oben gehen. Diese Formatio reticularis zieht sich also als Kerngebiete durch diesen gesamten Hirnstamm durch. Das ist also quasi eine Ansammlung von einzelnen Kernen, die aber eine ganz bestimmte interaktive, integrative Funktion haben. Diese Formatio reticularis, die ist ganz relevant, um eben sowas wie eine körperliche Aktivierung aufrecht zu erhalten. Also die ist also ganz relevant für die Aufrechterhaltung von vegetativen Funktionen und sowas wie Aufmerksamkeit und Wachheit. Dafür ist eben diese Formatio reticularis ganz relevant. Diese Formatio reticularis, die besteht aus mehreren Kerngebieten, unter anderem den Raffekernen, dem Locus coeruleus und diese Kerngebiete werden zusammengefasst zum sogenannten aufsteigenden retikulären Aktivierungssystem, Aras abgekürzt. Wir hatten schon kennengelernt unsere unterschiedlichen Neurotransmitter. Also beispielsweise dieses Serotonin, 5-HT abgekürzt, erinnern Sie sich noch mal daran, das wird hier in den Raffekernen produziert und dann eben hier haben wir also quasi die Zellkörper, die hier Serotonin produzieren und dann haben wir die Axone, die von dahin in den gesamten Neokortex ziehen. Die sind eben relevant für beispielsweise für die Aktivierung bei Schmerz oder die Weiterleitung von Schmerz, die Modulation von unserer Schmerzwahrnehmung, aber eben auch für die Steuerung von ganz bestimmten vegetativen Funktionen wie unserem Schlagwachrhythmus. Auf der anderen Seite unser Locus coeruleus, das haben wir auch schon kennengelernt, das ist der Kern, der Noradrenalin, also den Botenstoff Noradrenalin in unserem zentralen Nervensystem produziert. Diese Formatio reticularis ist eben ganz relevant für diese Modulation der Funktion unseres zentralen Nervensystems. Also die wird quasi eine integrative Funktion für diese sowohl auf- als auch absteigende Information. Hier wird also quasi entsprechend der Information, die wir von außen bekommen, wird also dann unser zentralen Nervensystem aktiviert oder gehemmt. Eben unter anderem durch die Produktion von ganz bestimmten Neurotransmittern, wie eben hier Noradrenalin oder Serotonin. Ganz wichtig, dieser Formatio reticularis dient auch damit tatsächlich schon als Informationsfilter. Also je nachdem, wie aktiv diese Formatio reticularis ist, können hier ganz bestimmte aufsteigende, ganz bestimmte Informationen verstärkt oder gehemmt werden. Denken Sie also daran, beispielsweise, wenn Sie schlafen, dann wird ganz bestimmte Informationen aus Ihrem Körper nicht an Ihr zentralen Nervensystem weitergeleitet. Und das ist nur eine Funktion dieser Formatio reticularis, die hier dann ganz bestimmte Informationen, die gerade nicht relevant sind, einfach schon mal unterdrückt, einfach schon mal abgeblockt. Im nächsten Schritt sind wir dann vom Hirnstamm schon im Mittelhirn angekommen. Dieses Mittelhirn, auf Lateinisch Mesencephalon, besteht aus wiederum mehreren Kerngebieten. Hier die Tectum, Tegmentum und die Cura cerebri, die vor allem hier relevant sind für reflexhafte Reaktionen auf sensorische Informationen. Das heißt, das sind Kerngebiete, die sind für die frühe sensorische Verarbeitung relevant. Und hier werden eben quasi als erste Verarbeitung schon, noch bevor diese Information überhaupt von Ihnen bewusst verarbeitet wird, werden hier schon auf Informationen von außen hin ganz bestimmte Reflexe ausgelöst. Im Tectum, da haben wir die Coliculi superiores und die Coliculi inferiores, die vor allem relevant sind für Augenreflexe oder beispielsweise reflexhafte Augenbewegungen auf auditorische Reize hin. Also wenn jetzt irgendwo einer von Ihnen hier irgendwo im Raum ein lautes Geräusch macht, dann bewegen sich Ihre Augen automatisch in Richtung dieses lauten Geräusches. Das sind solche multisensorischen Reflexe, die hier auf Ebene der Coliculi superioris verschaltet werden. Genauso haben wir eben hier aus dem Coliculi inferiores, das ist die Verschaltung zwischen unseren beiden Ohren. Also wenn wir quasi Informationen über unseren auditorischen Raum haben wollen, die Information aus unseren beiden Ohren, die wird hier auf dieser Ebene miteinander abgeglichen, um hier so etwas wie eine räumliche Orientierung bereitzustellen. Genauso haben wir dann einen Schritt im Tectum haben wir dann auch wiederum hier Kerne, die auch Neurotransmitter, Neuromodulatoren produzieren. Eben hier Dopamin, was auch wieder unsere Schmerzwahrnehmung moduliert. Und genauso haben wir in diesem Bereich natürlich nicht nur die aufsteigenden Informationen, sondern auch absteigende Bahnen. Und für diese absteigenden Bahnen, da sind die Hirnschenkel ganz relevant, die sogenannten Crura cerebri. Das sind ganz wichtige Bahnen, wenn wir uns an die Pyramidenbahn wenden. Wenn wir also das motorische System anschauen, da gibt es ja die sogenannte Pyramidenbahn. Das ist die Bahn, diese absteigende Bahn von Informationen aus dem motorischen System, die läuft dann über diese Crura cerebri als ganz dicke, absteigende Faserbündel in unser Rückenmark hin. Als nächstes sind wir dann im Zwischenhirn angekommen, im Diencephalon. Dieses Diencephalon, da haben wir dann ganz viele Strukturen, die haben wir letzte Woche schon kennengelernt, nämlich unseren Hypothalamus und Hypophyse. Genauso die Epiphyse und Epithalamus haben wir letzte Woche schon kennengelernt. Das waren diese Bereiche, die irgendwie mit unserem Hormonsystem zusammenhängen. Hypothalamus haben wir kennengelernt als die zentrale Integrationsstelle zwischen unserem Körper und unserem Nervensystem, dass wir also hier Informationen aus dem Körper kommen hier an und wird hier dann weitergegeben an unser zentralen Nervensystem und wird dann hier quasi unser zentralen Nervensystem reagiert dann wieder über eine Aktivierung von Hypothalamus und Hypophyse, die dann eben wieder unseren Körper modulieren. Abgesehen davon haben wir hier eine ganz, ganz wichtige Station, ein ganz wichtiges Kerngebiet, den Thalamus. Der Thalamus ist eine der wichtigsten Strukturen in unserem Gehirn und den wollen wir uns mal jetzt genauer anschauen. Dieser Thalamus, der liegt quasi genau in der Mitte ihres Gehirns. Wir haben letzte Woche den Hypothalamus kennengelernt. Der Hypothalamus liegt unterhalb des Thalamus. Das heißt also, Thalamus liegt über dem Hypothalamus genau in der Mitte des Gehirns. Das ist eine paarige Ansammlung von Nerven-Zellkörpern. Das heißt, wir haben hier zwei Hälften, einen linken, einen rechten Thalamus und dieser Thalamus, der ist so landläufig unser Tor zu unserem Bewusstsein. Denn fast alle sensorische Informationen, die wir aufnehmen, wird über diesen Thalamus verschaltet. Das heißt, dieser Thalamus, der besteht aus ganz, ganz vielen spezialisierten Unterbereichen, die jeweils für eine sensorische oder motorische Funktion relevant sind. Wir haben hier also eine ganz enge Kommunikation zwischen Thalamus und unserem Neokortex und auf der anderen Seite haben wir aber auch gleichzeitig eben eine Verbindung zu unserem Hirnstamm. Das heißt, Information, die aus unserem Körper ankommt, läuft erstmal in den Thalamus rein und wird da dann von da weitergegeben in unseren Neokortex. Fast alle sensorischen Informationen, also visuell, auditorisch, somatotop, Schmerz, das läuft alles über unseren Thalamus bis auf unseren Geruch. Unser Geruchsystem wird nicht über den Thalamus verschaltet. Und damit kommen wir zu einer ganz wichtigen Funktion des Thalamus. Denn der Thalamus, der wirkt als Informationsfilter. Wir hatten es schon gelernt, Information wird nicht immer eins zu eins weitergeben, sondern wird unter anderem beeinflusst, moduliert von unserem aufsteigenden retikulären Aktivierungssystem, also von diesem ARAS-System. Und hier der Thalamus wirkt als weiterer Informationsfilter. Auch hier wird nur Informationen weitergegeben, Informationen weiterverarbeitet, die irgendwie für uns relevant ist. Bis auf unseren Geruch. Unser Geruch wird nicht gefiltert. Das heißt, Ihre Geruchswahrnehmung, die geht ungefiltert in Ihr Bewusstsein und Ihre Erinnerung. Und das ist auch der Grund dafür, warum Gerüche extrem stark bei Ihnen sowohl emotional als auch auf das Erinnerungssystem wirken können. Kommen wir aber noch genauer zu, wenn wir uns unsere chemischen Sinne anschauen. Dieser Thalamus, der besteht eben aus spezifischen und unspezifischen Kernen, was Sie auf jeden Fall wichtig, weil Sie müssen die einzelnen Kerne nicht unbedingt alle kennen. Sie müssen es nicht lernen, die unterschiedlichen Thalamuskerne auswendig kennen. Sie sollten so ein paar grobe Eckpunkte kennen. Das beispielsweise eben hier. Es gibt so Begriffe, die werden immer wieder aufkommen, wie der seitliche Kniehöcker unserer LGN, Lateral Geniculate Nucleus. Das sind so Begriffe, das ist beispielsweise wichtig für unser visuelles System. Das sind so Körper, diese Körperchen, die werden immer wieder, für die werden wir immer mal wieder darauf zu sprechen kommen, dass Sie da auf jeden Fall schon mal wissen, okay, das sind dann vermutlich unsere Thalamusareale. Dieser Thalamus, der ist extrem stark segmentiert. Also da haben wir wirklich eine ganz, ganz feine, ganz, ganz detaillierte Einteilung und es werden dabei auch tatsächlich ständig neue Areale entdeckt. Also wir wissen immer noch nicht so genau, was alle Bereiche des Thalamus eigentlich genau machen und je nachdem, welche Funktionen wir untersuchen, gibt es da aber auch immer noch Unterstrukturen vom Thalamus, die immer noch wieder neu entdeckt werden. Also da ist noch lange nicht alles getan an der Strukturierung unseres Thalamus. Den Hypothalamus haben wir letzte Woche schon kennengelernt. Das ist eben unser zentrales Steuerungsorgan für unser Hormon- und vegetatives System. Brauchen wir jetzt im Grunde nicht mehr genau eingehen. Da werden eben Informationen aus unserem zentralen Nervensystem und unserem peripheren Nervensystem miteinander verschaltet. Gibt es dazu erstmal zu diesem ganzen Bereich im Hirnstamm und zwischen Hirn und Mittelhirn irgendwelche Fragen? Ja. 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 Genau. Die Frage geht danach. Die Filterung im Thalamus, die funktioniert vorbewusst. Also das ist ja eine Verarbeitungsstufe, die findet statt, bevor die Information an unserem Neokortex ankommt. Neokortex, das ist ja klassischerweise der Sitz unseres Bewusstseins. Da ist natürlich die Frage, wie funktioniert das, dass der Thalamus hier schon Informationen filtern kann. Und ein ganz wichtiges Schlagwort dabei ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist eben so eine, so eine abstrakte kognitive Funktion, die top-down, also absteigend unsere sensorische Verarbeitung beeinflusst. Und dieser top-down, dieser top-down Einfluss, der wirkt auch auf den Thalamus. Das heißt, so etwas wie räumliche Aufmerksamkeit oder intersensorische Aufmerksamkeit moduliert dann die Funktion einzelner Bereiche im Thalamus. Dass wenn Sie sich beispielsweise sagen, Sie sitzen in einem Konzert und Sie wollen sich jetzt ganz, ganz stark und ganz bewusst auf Ihr auditorisches System konzentrieren, um etwas, um jemandem zuzuhören. Und Sie sitzen hier und wollen mir zuhören und wollen ausblenden, was Sie sehen. Dann kann diese, quasi dieser Fokus Ihrer Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Funktion beeinflussen, wie Informationen im Thalamus weitergeleitet werden. Werden wir uns aber noch genauer anschauen, wenn wir uns die einzelnen sensorischen Systeme anschauen. So, damit kommen wir zum wichtigsten Teil unseres zentralen Nervensystems, nämlich zu unserem Vorderhirn bzw. Endhirn. Auch hier haben wir einen Bereich, eben erstmal den subkortikalen Bereich, also alles, was unterhalb der Rinde ist, also alles, was wir eben unterhalb dieser gefurchten grauen Substanz haben. Und dann haben wir eben abgesehen davon auch noch unseren Neokortex, unsere Hirnrinde, die sogenannte graue Substanz. Subkortikal haben wir vor allem ganz viele Faserverbindungen. Die weiße Substanz, das sind ja myelinisierte Fasern, aber wir haben eben auch hier Gebiete mit Zellkernen. Im Neokortex, da haben wir eben vor allem unsere Pyramidenzellen, unsere Zellkörper und lokale Verbindungen, aber nicht so viele weit verbreitete Gebiete. Im Neokortex, da finden wir dann eine sehr große funktionelle Spezialisierung und da haben wir dann auch quasi einen Zusammenschluss von ganz bestimmten funktionellen Modulen. Beispielsweise eben gibt es dann das sogenannte limbische System. Das limbische System, das ist quasi ein Zusammenschluss von mehreren Kerngebieten. Das wurde lange Zeit als einheitliches System betrachtet. Mittlerweile weiß man, okay, es ist eigentlich kein einheitliches System. Deswegen ist eigentlich quasi der Begriff dieses Systems ein bisschen schwierig, weil wir hier sehr spezialisierte Kerngebiete haben, die je nach Funktion eben miteinander kommunizieren können. Das erste von diesen funktionell spezialisierten Systemen, das wir uns anschauen wollen, sind die sogenannten Basalganglien. Diese Basalganglien sind ein Zusammenschluss von Kerngebieten, hier unter anderem eben Striatum, Substantia nigra und Nucleus subtalamicus, also Bereiche im Inneren unseres Großhirns, die vor allem für die Modulation unserer Bewegung, unseres motorischen Systems relevant sind. Das schauen wir uns noch mal genauer an, wenn wir unser motorisches System uns genau anschauen. Aber was wir schon mal mitnehmen sollten, ist, dass diese Basalganglien relevant sind für die Feinabstimmung und Koordination unserer Willkürbewegung. Das heißt, wir haben hier durch diese Basalganglien, also durch dieses Netzwerk von Kerngebieten, axonale Verbindungen, die eben Informationen, die Weiterleitung von Informationen beeinflussen können. Da haben wir einen direkten Pfad und einen indirekten Pfad und der direkte Pfad ist relevant für die Verstärkung und Initialisierung von Willkürbewegungen. Also wenn ich eine Willkürbewegung anfangen möchte, dann muss ich Informationen über diesen direkten Pfad leiten und wenn ich Informationen beenden will, dann greift dieser indirekte Pfad modulierend auf meine Bewegung ein. Ist also ganz relevant, um hier meine Bewegung fein zu steuern. Also vor allem, wenn ich eben eine Greifbewegung ausführe, dass ich rechtzeitig mit meiner Handbewegung aufhöre, um dann etwas ganz Bestimmtes zu greifen. Ein Teil des limbischen Systems, was eben jetzt aber mittlerweile als einzelne Funktionen betrachtet wird, ist unsere Amygdala. Die sitzt hier unten dran. Diese Amygdala, die kennen Sie vielleicht auch schon von Herrn Kernbach. Die ist ganz relevant eben für alles, was irgendwie mit Furcht und Emotion zu tun hat. Also ganz relevant für eben die Verarbeitung von Angstkonditionierung und Furchtreaktion. Auch diese Amygdala, genauso wie Thalamus und Basalgangen, besteht aus unterschiedlichen funktional spezialisierten Kernen. Da haben wir also die corticomedialen Kerne, die bekommen beispielsweise Informationen aus unserem olfaktorischen System und eben den Hypothalamus, also integrieren Informationen aus unserem Körper und steuern damit auch wieder unseren Körper. Und auf der anderen Seite haben wir eben die basolateralen Kerne. Die sind dann relevant, vor allem um Informationen aus dem Thalamus und dem Neokortex zu bekommen, die dann sowas wie eben Aufmerksamkeit und die schon erwähnte Furchtreaktion steuern. Bei dieser Funktion der Amygdala können wir zwei unterschiedliche Prozesse unterscheiden. Es gibt dann einmal, gibt es von Ledoux vorgeschlagen, zwei unterschiedliche Wege der Informationsverarbeitung. Einmal die Low-Route und einmal die High-Route, also quasi einmal eine direkte, sofortige Informationsverarbeitung und einmal eine eher kognitive, langsame, indirekte Informationsverarbeitung. Das heißt, wir haben hier, wenn wir beispielsweise einen emotional starken Reiz haben und wenn wir beispielsweise einen Gefahrenreiz haben, dann kann dieser Gefahrenreiz direkt aus unseren sensorischen Systemen in die Amygdala weitergegeben werden, um hier eine Reaktion hervorzurufen, ohne dass dieser Reiz überhaupt bewusst verarbeitet werden muss. Und dann auf der anderen Seite haben wir dann eben die langsame, kognitive Verarbeitung von emotionalen Reizen, die dann eben wiederum modulierend auf diese Amygdala einwirken kann. Das werden Sie bei Herrn Kernbach im Psy-B6 vermutlich ganz im Detail kennenlernen, wie diese unterschiedlichen Routen miteinander interagieren. Ja? Okay. Die Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht um die Unterscheidung von afferenten, Afferentz und Afferentz innerhalb des zentralen Nervensystems. Diese Unterscheidung von Afferentz und Afferentz im zentralen Nervensystem können Sie sich auch so ein bisschen betrachten, wie unter diesem Schlagwort von Bottom-up und Top-down verarbeitet. Also die Frage, in welche Richtung fließt die Information? Also ich habe ein Kerngebiet und dieses Kerngebiet bekommt Informationen von irgendjemand. Das heißt, es hat afferenten Input von irgendjemand. Genauso gibt dieses Kerngebiet Informationen weiter an irgendjemand. Hat also einen Effekt, also eine afferente Information an irgendjemand. Also auch beispielsweise hier unser Thalamus bekommt afferente Informationen und gibt afferente Informationen weiter. Ja. Okay. Der nächste Bereich, den wir uns anschauen müssen, hier in blau eingezeichnet, ist der sogenannte Gyrus Zinguli. Dieser Gyrus Zinguli, der liegt oberhalb des Balkens. Balken, das ist eine ganz dicke Faserverbindung, die unsere beiden Hirnhälften miteinander verbindet. Und oberhalb von diesen Balken liegt eben dieser Gyrus Zinguli, der zieht sich einmal entlang ihres gesamten Gehirns. Und dieser Gyrus Zinguli, der zeichnet sich dadurch aus, dass er ganz zentral mit allen anderen Bereichen unseres Neokortex verbunden ist, der so da nebendran eigentlich liegt. Also ganz, ganz enge Verbindungen zu anderen Bereichen des Neokortex. Eingeteilt wird dieser Gyrus Zinguli in zwei Bereiche, anterior und posterior. Ist relativ einfach in dem Fall. Der posterior Gyrus Zinguli, der hat ganz starke Verbindungen zu unserem posterioren Parietalkortex, also dem hinteren Bereich unseres Neokortex. Und ist ganz relevant, um uns irgendwie im Raum zu orientieren. Also für unsere räumliche Aufmerksamkeit, räumliche Wahrnehmung und Orientierung im Raum und auch die Anpassung unseres Verhaltens auf ganz bestimmte Dinge im Raum. Auf der anderen Seite der vordere Teil, der anterior Gyrus Zinguli, der ist auch wiederum relevant für Aufmerksamkeit. In dem Fall aber nicht die räumliche Aufmerksamkeit, sondern vor allem die Aufmerksamkeit auf Feedback, also auf Rückmeldung, beispielsweise vor allem auf schmerzhafte Rückmeldung oder auch auf Fehlerrückmeldung. Also wenn Sie beispielsweise einen Fehler machen, dann wird dieser Fehler signalisiert über ein Dopaminerges Signal aus dem Striatum an den anterioren Jyrus Zinguli, der dann eben modulierend auf Ihr Verhalten eingreifen kann. Das ist also dann, wenn Sie beispielsweise lernen, wenn Sie einen Fehler gemacht haben und Sie lernen daran, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Also Sie erinnern sich vielleicht daran, ich habe mich mal verbrannt an meinem Tee, habe also gelernt, okay, wunderbar, Tee ist heiß. Das heißt, um aus diesem Fehler zu lernen, dann brauche ich eben hier mein Anterioris Zingulum. Auch relevant für unser Lernen oder noch viel, viel relevanter für unser Lernen ist dann unser Hippocampus. Hippocampus empfinden wir parek an der Innenseite unserer Temporallappen und dieser Hippocampus, der ist eigentlich eine relativ einfache Struktur. Der hat nur drei Zellschichten, Ca1, Ca2 und Ca3 und diese drei Zellschichten, die sind aber extrem stark miteinander verknüpft. Also dieser Hippocampus, der ist eben eine Struktur, die ist extrem stark miteinander verknüpft, da kommunizieren die einzelnen Pyramidenzellen extrem stark mit ihren Nachbarn. Wir hatten es vorhin gelernt, im Kleinhirn haben wir genau das Gegenteil, da haben wir sehr, sehr viele isolierte Nervenzellen, diese isolierten Purkinjezellen, die alle gar nicht miteinander reden. Und hier im Hippocampus haben wir genau das Gegenteil, da haben wir eben Pyramidenzellen, die reden extrem stark, extrem viel miteinander. Hier bilden wir also sehr dichte, sehr enge neuronale Netzwerke. Und diese enge Verknüpfung von Nervenzellen hier im Hippocampus, die ist ganz relevant für unser Gedächtnis. Da haben wir schon zwei Prozesse kennengelernt, einmal die Langzeitdepression und einmal die Langzeitpotenzierung. Also die Veränderung der Stärke der synaptischen Übertragung an einzelnen Nervenzellen, haben wir ja schon mal kennengelernt. Und diese Veränderung der synaptischen Stärke, also die Veränderung der Verknüpfung zwischen Nervenzellen, das ist eine Grundlage unseres Gedächtnisses, vor allem unseres Kurzzeitgedächtnisses. Das heißt, wenn wir neue Dinge lernen, dann wird diese Information in neuronalen Netzwerken in unserem Hippocampus abgespeichert. Genauso ist der Hippocampus ganz relevant für unsere räumliche Orientierung, vor allem für unser Ortsgedächtnis. Hier haben wir zwei Arten von Zellen, einmal Place Cells und einmal Grid Cells. Und diese Place und Grid Cells, die haben die Eigenschaften, dass sie die Erinnerung für einen ganz bestimmten Ort im Raum kodieren. Das heißt, sie sind ja vermutlich, oder ein paar von ihnen, relativ kürzlich erst nach Kiel gezogen. Das heißt, sie haben ja erstmal so ein paar Tage gebraucht, um sich in Kiel zurechtzufinden. Wo ist der Bahnhof? Wo ist meine Wohnung? Wo ist meine Uni? Sie mussten also erstmal lernen, eine mentale Karte von Kiel zu erstellen. Und diese mentale Karte, dieses Gedächtnis an ganz bestimmte Orte im Raum, die ist in Grid und Place Cells in ihrem Hippocampus abgelegt. Das heißt, wenn sie an einem ganz bestimmten Ort in Kiel sind, feuern ganz bestimmte für diesen Ort relevante Neuronen. Schauen wir uns also erstmal an, wie ist unser Neocortex eigentlich funktional gegliedert. Fangen wir vorne an. Da haben wir unseren Frontallappen. Ganz vorne haben wir unseren Präfrontallappen, also den vorderen Teil unseres Frontallappens. PFC abgekürzt. Dieser Präfrontalkortex, Präfrontallappen, da haben wir auch wieder eine ganze Reihe von Unterstrukturen. Aber ganz grob können Sie sich merken, unser Präfrontalkortex ist für alles relevant, was Sie irgendwie bewusst tun. Also Aufmerksamkeit, Handlungsintentionen, Planung, Steuerung, all diese Dinge, die werden in Ihrem Präfrontalkortex verarbeitet. Abgesehen von diesen abstrakten Handlungen haben wir eben noch konkrete Handlungssteuerung, nämlich unsere motorischen Areale. Einmal unseren Prämotorischen und den Supplementärmotorischen Arealen, hier mit SMA und PMA abgekürzt. Hier haben wir Arial 6, Brotmann Arial 6. Wir haben uns heute kennengelernt, den Herrn Brotmann. Prämotorischer und Supplementärmotorischer Kortex, die sind ganz relevant für die Erstellung von abstrakten Handlungsmustern und für motorisches Lernen. Und die geben die Information dann weiter an den primären motorischen Kortex, Brotmann Arial 4, an der Vorderseite unserer Zentralfurche. Und das ist dann eben das Areal, das diese abstrakten Handlungsintentionen übersetzt in konkrete Muskelaktivierungen. Dieser primäre motorische Kortex, der ist somatotop organisiert. Das heißt, die Organisation, die funktionelle Organisation dieses primären motorischen Kortex folgt unserer Körperform. Da haben wir den sogenannten Homunculus. Das heißt, wir haben hier so entlang dieses Bereichs unseres motorischen Kortex ganz bestimmte Bereiche, die sind relevant für ganz bestimmte Bereiche unseres Körpers. Und funktionell benachbarte Bereiche liegen auch an benachbarten Bereichen unseres Gehirns organisiert. Genauso wie der motorische Kortex somatotop organisiert ist, ist auch unser somatosensorischer Kortex somatotop organisiert. Also auch der Bereich, mit dem wir unseren Körper wahrnehmen, ist somatotop organisiert. Es hat so ein paar Unterschiede. Es gibt beispielsweise Teile unseres Körpers, die können wir zwar spüren, die können wir aber nicht steuern. Und so haben wir beispielsweise eine somatotope Repräsentation unserer Eingeweide, aber die können wir nicht bewusst steuern. Deswegen haben wir diesen Bereich in unserem motorischen Kortex. Diesen somatosensorischen Kortex, den finden wir im Parietallappen an der Rückseite unserer Zentralfurche, also Vorderseite der Zentralfurche, motorisch. Rückseite der Zentralfurche ist sensorisch. Auch der Bereich ist eben somatotop organisiert. Und da haben wir eben einen primären somatosensorischen Kortex. Der bekommt eben die Information, die aus unserem Körper über den Thalamus läuft und dann eben im Neokortex ankommt. Da wird ebenfalls Bereiche in diesem primären somatosensorischen Kortex, die repräsentieren ganz bestimmte Bereiche unseres Körpers. Und Informationen von diesem primär sensorischen Kortex wird dann weitergegeben an den sekundären somatosensorischen Kortex bzw. die dahinterliegenden Assoziationsareale, wo dann eben diese Information über unseren Körper beispielsweise mit visueller Information integriert. Die visuelle Information, die kommt aus unserem Occipitallappen hintendran. Der Occipitallappen ist mehr oder weniger nur dafür verantwortlich, unsere visuelle Verarbeitung zu repräsentieren. Da haben wir eben unseren primären visuellen Kortex, V1 abgekürzt, Brotmann Aria 17, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Das ist quasi die Spitze unseres Hirns hintendran. Da kommt all die Information an, die wir über unsere Augen wahrnehmen. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, auf die Frage hin, also hier der primäre visuelle Kortex, der verarbeitet eben vor allem einfache Informationen. Diese einfachen Informationen werden dann kombiniert zu immer komplexeren Informationen und weitergegeben an die funktionell höher liegenden Arealen. Und diese Information, die wird dann aufgeteilt in unterschiedliche funktionelle Bahnen. So wird beispielsweise Informationen über räumliche visuelle Informationen über unseren dorsalen Kortex, also über den Hinterhautlappen, Hinterhauptlappen verarbeitet und Informationen über die Eigenschaften von Reizen, also sowas wie Farbe und Form, die wird über unseren Temporallappen verarbeitet. Dann haben wir so einen dorsalen und einen ventralen Pfad der Informationsverarbeitung. Werden wir uns nächste Woche noch mal genauer anschauen, aber Sie sollten es hier schon mal mitnehmen, dass Informationen aus einem Sinn wird in redundanten, parallelen Pfaden verarbeitet. Also wenn immer quasi auf mehreren Informationsbahnen wird eine Information verarbeitet. Dann haben wir noch unseren Temporallappen, der liegt hier an der Seite und der Temporallappen, der ist ganz relevant für unser Gehör. Da haben wir also an der Oberkante des Temporallappens unseren auditorischen Kortex. Da haben wir eine Fürche, den Heschel'schen oder eine Wölbung, den Heschel'schen Gyrus und dieser Heschel'sche Gyrus, der ist unser primärer auditorischer Kortex. Dieser primärer auditorische Kortex ist auch wieder nach einer ganz bestimmten topischen Ordnung repräsentiert. Also wir haben im somatosensorischen Kortex eine Repräsentation entlang der Körperoberfläche, im visuellen Kortex haben wir eine Repräsentation entlang unserer visuellen Umwelt, im auditorischen Kortex haben wir eine Repräsentation entlang von Tonhöhe. Also ganz bestimmte Bereiche unseres auditorischen Kortex repräsentieren ganz bestimmte Tonhöhen. Und genauso auch hier geben wir eben Informationen dann an höhere Verarbeitungsstufen weiter, die dann eben immer weiter kombiniert werden, um dann sowas Komplexes wie Sprache oder Musikwahrnehmung tatsächlich zu repräsentieren. Und zu guter Letzt ein etwas vergessenes Hirn, ein etwas vergessener Bereich unseres Gehirns ist die sogenannte Insula. Die ist deswegen vergessen, weil die sieht man nicht so leicht. Die sieht man nur, wenn man Temporallappen und Parietallappen auseinanderzieht und dahinter schaut. Dann liegt dahinter nochmal ein Bereich von Neocortex, eben die sogenannte Insula. Die ist relevant für die Verarbeitung aus unseren chemischen Sinnen, also Geruch und Geschmack und verarbeitet auch Feedback beispielsweise über unseren Körper. Also sowas wie Sauerstoffkonzentration, Kohlenstoffkonzentration, Blutdruck, Puls, all diese Informationen, diese viszerale Information wird hier in der Insula verarbeitet. Und hier ist auch ganz stark beteiligt an sowas wie Schmerzwahrnehmung und sozialen Bewusstseinsprozessen. Also es gibt so die interessanten Beobachtungen, dass sowas wie ein sozialer Ausschluss, also wenn sie aus einer Gruppe ausgeschlossen werden, dass das ganz ähnlich verarbeitet wird, wie ein echter Schmerz auch zu einer Aktivierung hier in der Insula führt. Und die ist auch ganz relevant für sowas wie Sprachproduktion. Da werden wir auch noch genauer drauf eingehen. So, das war jetzt heute eine Tour de force durch unsere unterschiedlichen Bereiche unseres zentralen Nervensystems. Was Sie heute mitgenommen haben sollten, ist so ganz grob, welche funktionellen Bereiche können wir denn in unserem Gehirn unterteilen. Also, was ist der Hirnstamm, was ist das Mittelhirn, was ist das Endhirn und so ganz grob, welche Funktionen haben denn diese unterschiedlichen Bereiche unseres Gehirns. Sie sollten auch mitgenommen haben, was sind so einzelne Schlüsselbegriffe, Thalamus, Aras, sollten Sie einfach so mitgenommen haben, wenn wir uns dann nächstes Jahr mit den einzelnen Funktionen beschäftigen, dass wir dann einfach schon mal wissen, okay, wir müssen jetzt nicht mehr genauer definieren, wo liegen denn die Superiore und Kulikuli, sondern Sie wissen, okay, Superiore und Kulikuli, das war irgendwas da tief im Hirn. Genau, das wäre so die Idee, die Sie heute haben sollten. Gibt es dazu von Ihnen noch irgendwelche Fragen? Okay, wunderbar, dann sind wir heute rechtzeitig fertig. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich noch mal wieder, als in der letzten Sitzung dieses Jahr. Da schauen wir uns dann noch mal genauer an, eben die Kommunikation zwischen Zentralnervensystem und Periphernervensystem und noch mal diese Idee von funktionellen Bahnen in unserem Gehirn. Vielen Dank.